So, 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 mit O. So Leute, Part 2, The Wolf Among Us, Smoke and Mirrors, glaube ich, heißt der zweite Teil. Oder die zweite Episode. Hoffentlich geht es genauso derbe weiter wie Teil 1 oder Episode 1. Ja, Speicherdaten bitte. Episode 2 starten. Schall und Rauch. Whatever it is, it's between you and Beast. I'm staying out of here. It's not what you might be thinking. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Nope. I haven't seen her. Come with me. Come from the mines. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to plead for this unpleasantness, Miss Snow. No, I'm Dean. He's dumb. You're going to tell me right now. Dad! I'm looking for the woodsman. Well, he's not here. Holly, you're out of paper towels and they're going to string me up, baby. Like I said, it looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. All right, I got a hundred bucks for the first bloke that could tell me something about a girl name. Fuck, man! This fucking laptop. When it comes sniffing around this part of town, the rich fucks and the woods need to take down. Now, right, big baby? Now things are worse off than they've ever been. Well, that's not true. Right. We've had it worse, but not by much. So, now we've already had two heads in front of the house door. One fell and now Snow White. Snow White. White White. Blah, blah. Mr. Wolfe! You make this more difficult than it has to be. If you just cooperate and answer the questions, you can go home. Maybe get some sleep. How are you feeling? I know it's been a long night for you. You look like you could use some rest. I'm feeling pretty fucking pissed off right now. If I'm honest, I'd like to smash everything in this room. Is that a threat? I think it depends on how much you like the furniture. I didn't think that was funny. In case you were waiting for me to laugh. I find it's funny. So a bit. Look. I know what you must be going through. Really? I do. But I could use your cooperation. Mike and Eric. I see you. That's very helpful. Thank you. Kein Problem. Immer wieder gerne. Was ich mich frage, gerade muss der Wolf eigentlich, also Bigby jetzt überhaupt gar keinen Glamour verzehren oder keine Ahnung, wie sie das konsumieren? Du bist okay? Du bist nicht so gut. Detective Brannigan? Ich bin Detective Brannigan. Ja, ich weiß. Ich habe gerade gesagt, ist es etwas... Was ist denn das? Bitte, bitte, bitte. Ich bin sorry. Ich mache es einfach, bitte. Wir müssen jetzt gehen. Was hast du mit ihr getan? Sie wird gut sein. Es ist nur ein Memoriewipe-Spell. Sehr günstig, aber es funktioniert. Die ganze Station wird die letzten 24 Stunden vergessen. Und alles, was sie in den Woodlands gesehen haben. Gut, schnell! Also, ihr atmet noch. Alles in Ordnung. Erinnerungsfoto einpacken. Und die scheiße Momente. Danke fürs Mitnehmen. 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 Wir, um... Wir haben Tweedledee gebeten, um ein Post. Das war dein, oder? Ja. Ja. Ich weiß nicht, warum du ihn verletzt hast. Die war in der Trip-Trap, wenn Snow ist in den Woodlands. So er nicht möglich sein kann. In diesem Mayhem. Aber alle wollten was von Fate. Ich weiß, was du denkst, Bigby. Es war eine volle Nacht und eine Slicz von Morgen. Und ich vermisse sie auch schon. Ach was. Ich hab ganz ehrlich gedacht, Crane ist voll das Arschloch. Ich weiß nicht, dass ich immer mehr Hause bin, als wenn ein von uns sterben wird. Und jetzt, wenn es um Schnee ist, ich habe nie gut mit diesen typen Dingen gemacht. Ich kann nur nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Ja. Es ist schwer. Es ist schwer. Unsere Geschichte war so einfach. Wir hatten ein Beginn, ein Mittal, und ein Ende. Aber seitdem wir in dieser riesigen Stadt verletzten, alles wurde so verletzt. Hat sie, ähm, gegebenen Sie, was er denkt, was er denkt? Wenn du sie letzte Mal gesehen hast, ich meine. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte wissen, dass sie... ich glaube, dass sie gut ist, glaube ich. Sie kann aussehen, wie kallisch, aber sie war nicht wirklich. Sie hat gesagt, dass sie sich um die Dinge verändern wollen, um es einfacher für Fables zu bekommen, wenn sie es benötig sind. Ich weiß nicht was anderes zu sagen, Bigby. Wir müssen uns ein Ende geben. Es sind zwei Mörder in so viele Tage. Wenn wir uns nicht unser Colbert haben, dann wird es bald wieder ein weiteres Mal sein. Ich werde es gemacht. Bitte, Bigby. Für Miss White. Ich habe es geschafft. Alter, ist das sauer. Das ist ein großer Bedeutung. Das ist nicht eine sehr gute Antwort, ist es? Komm schon. Sag mir, was ich wissen möchte. Es wird Dinge für dich viel weniger schmerzhaft machen. In theory. Was ist das denn? Oh, warst du auf das benutzen? Ich habe es gefallen. Ich habe es gefallen. Ich habe es gefallen. Ich habe es gefallen. Was du machst du? Du bist fertig? Hallo, Ichabod. Bluebeard. Ich war nur mit uns. Du verletzt hast dich noch mal zurückgekehrt. No violence Whatever you say, Ichabod Hello, Big B I want answers, D Oh, goody I thought you wanted questions And I was having so much trouble Thinking of any good ones Though I'd settled on How's your head? You see what I've been dealing with? It's been better But we're not here to talk about me Snow White is dead Look, I didn't kill anyone And I'm supposed to just believe you You were with me when it happened, dummy I still have questions for you, D Sounds like a personal problem This is ridiculous Back in the alley, you mentioned your employer Who is it? Who are you working for? Why? You looking to change your occupation? I'm not fucking around here, D Alright, D Let's get to know each other Ich zeig ihm das Foto zuerst Bevor ich ihn in der Fresse haue Someone murdered Snow White Just tell me who your employer is I'd like to help you But I can't My brother and I We got a thing about loyalty We do our job And we keep our mouths shut If we don't hold up our end We don't get paid Your brother Where was he last night? I can't say He could have been anywhere Take your best guess He didn't do it If that's what you're thinking Then where is he? No I'm not sending you after my brother Look, I answered your question Can I get my stuff back now? What did you find on him? Oh, nothing of consequence really Was denn? Viel Geld, ne Zigarre Anyone can see, this isn't working It's time to try and I'm saving that This is really We're trying to do this Here Yeah, all right Want to see a trick? Look, Bigby This isn't going to work Look, don't you want to find out What happened to those girls? To Snow White? Let me handle this So, where's your brother? Look, mate I'd like to help I would But I can't tell you where he is Last time I saw him We split up And I went to find Faith I don't know where he is now You went to find Faith's what? Her apartment I went to her apartment That's no secret You saw me No, there's more to it You said you were trying to find something All right What did you want The Lover Die hört sich so nach Lee an Von The Walking Dead I'm not saying any more about it This is getting old very quickly I don't know I don't know I don't know Finger brechen Riemen You might loosen those? I can barely feel my fingers Ah, come on It's the Böse Wolf Real cute You prick What are you doing? Getting answers I told you to keep yourself under control Let me handle this What did you want What did you want from Faith? I didn't want shit from that little thief More trouble than she's worth I could say the same about you Oh yeah? She stole from you? She didn't steal anything from me, jackass It was from my boss You think I got anything worth stealing? Your boss Well, that brings me back to my first question Who are you working for? Come on, Dean It's clear you're just following orders So who's calling the shots? No, I'm fucking done Snowwood Fuck He wants to Oh, you're done playing nice now Is that it? Yeah Last chance, Dean Who are you working for? Fuck you You're a piece of shit, Bigby Beauty was wrong about you You're just a sick Beauty You're full of shit Oh, we're good friends That's enough I will not tolerate this savagery You think someone was trying to kill Snow? Isn't it more likely Someone was trying to get back at you By killing her? You want to talk about Snow? You treated her like shit Your whole career Better take the blame Like your incompetence And now you can What's going on down here? Was? Sie libt Hey? Hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Schall und Rauch, Episode 2. WTF? Snow lebt. Also wurden wir verzaubert, damit wir den Kopf von Snow sehen? Wen gehörte dann den Kopf? Was war da oben da oben, Bigby? Ich dachte, du wärst tot? Ich dachte, du wärst tot, Snow. Und das macht's okay? Ich hoffe, es war dein Zeitpunkt. Ein bisschen Wertschätzung war auch toll gewesen. Okay, du musst du das erklären, denn ich bin wirklich nicht getrennt. Nach einer Konversation in der Taxi letzte Nacht, ich habe ein Call von Toad. Er sagte, dass er sein Vater gefunden hat. Wir glaubten, es war Faith, an der Zeit. Und das war's für dich. Aber das war's für dich. Aber das war's für dich. Ich bin froh, dass du dich verletzt hast. Ich bin froh, dass du dich verletzt hast. Danke. Was ist das jetzt? Ich bin froh, dass du nicht tot ist. Ich bin froh, dass du dich verletzt hast. Ich bin froh, dass du dich verletzt hast. Was ist das? Ich bin froh, dass ich... Ich fühle mich... Ich fühle mich, in einer Art, wie ich. Vielleicht ist das, warum sie verletzt wurde. Wenn jemand dich verletzt hat, dann wird sie irgendwann wissen, dass sie ihren Schatz verletzt haben. Ich bin froh, dass sie mich verletzt haben. Wir müssen nur wissen, wer das gemacht hat. Und warum sie sich verletzt hat, wie ich mich verletzt hat. Ich meine... Das ist das, was es, richtig? Also... Was ist unser nächstes Mal? Ich bin froh, dass ich mich verletzt habe. Wenn wir uns zusammenarbeiten, musst du mich wirklich mit mir sprechen. Ich meine... Was soll ich mich machen? Soll ich mich machen? Sitze in der Business Office, twiddelte meine Beine? Waiting für den großen, der Schatz zu lösen meine Probleme? Ich bin der Scheriff, Snow. Ich gehe raus und mache das Dirty-Werk, um alle zu dir zu halten. Und was ich hier für, dann? Ich werde nicht so sein, eine Aron-Girl für Krane! Ich möchte nur, dass du vorsichtig bist. Ich habe quasi dich verloren verloren, also... Ich bin nicht deiner, um zu verlieren! Ich bin sorry. Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber ich bin nicht hilfreich. Ich kann mich selbst auswählen. Ich habe es seit Jahren gemacht. T.J. ist in der Mitte wartet. Er war so erschreckt, dass er uns nicht viel erzählen würde. Auch jetzt, er hat einfach zu sprechen, nach einem bestimmten Punkt zu sprechen. Er hat ein Traum, eine Leiche gesehen. Also, versuch nicht, zu zu... ... du weißt... Ich selbst? Myself. Genau. Wessen Leiche? Mit aller Gewalt. T.J. ist da oben. Ich weiß nicht, ob du ihn erst zu sprechen möchtest, oder später. Aber lass mich wissen, wenn du bereit bist, um den Körper zu sehen. Ich... ... ich will da oben sein. Bufkin? Hast du einen Moment? Natürlich, Herr Snow. Ist er im Spiegel? Ist er im Spiegel? Ja. Ich bin lying, wenn ich nicht wollte, Tweedledee zu machen, nachdem ich mich überrasen. Aber was du zu ihm warst, war das blöde lie. Du hast Angst vor mir, kleiner Junge. Er hat alles gesehen. Okay, Mr. Toad. Nein! Ich will eine Explanation. Und was hast du gesehen? Ich dachte, vielleicht werde ich dich auf der Schitter sehen. Aber ich habe gesehen etwas schlimmer, nicht ich? Das ist genug! Mr. Toad, ich sehr schweig das Verletznis, das hat dir gemacht und dein Kind. Aber jetzt müssen wir mit der Investitionen weitergehen. Ich bin froh, mit Ihnen zu sprechen, aber Sie müssen verstehen, wie urgent das ist. Wir müssen mit TJ sprechen. Das ist nicht vorbei, Big B. TJ. Es ist alles gut. Bist du bereit, mit Mr. Wolf zu sprechen? Schau dich, Big B. Wenn du was machst, hast du mich verletzt. Ein Haps und du bist weg, Junge. Es ist okay. Bist du okay? Bist du, TJ. Bist du, TJ. Ich gehe schwimmen, manchmal in der Römer. Ich habe nicht etwas schlecht gemacht. Ich habe es. Natürlich nicht. Bist du, was du gesehen hast? Bist du, was du gesehen hast? Ich war da, unter den großen Böckchen. Und ich habe zu hören, die Feiertes. Und wenn ich das höre, muss ich nach dem Wasser gehen und bleiben. Ich habe Trösten gedrückt, Mann. Ich bin klar, unser Mensch. Oder in der Erde. Du, der Herr ist wichtig. Ich habe Trösten gedrückt, Mann. Du trösten... Ich habe Trösten gedrückt, Mann. Dann war das der Körper von Fade. Ich dachte, sie würde mich auch runterholen. Weil sie hat Röcke auf ihren Faden und sie fielte in den dunklen Faden. Hört sich so ein bisschen nach italienischem Mafia an. Diese Betonschuhe. Aber da ist etwas anderes. Bitte, nicht schuldig. Was ist das, T.J.? Nein, alles gut. Ich stehe nicht unter dem Wasser. Was? Ich weiß, dass ich es sein soll, aber ich hatte Angst. Und ich ging auf den Topen wieder. Ich konnte es nicht helfen. Ich habe dir sehr spezifische Regeln gegeben. Du musst ruhig bleiben und aus der Zeit, oder schlechte Dinge können passieren. Ich habe dir gesagt. Du bist nicht in Trouble. Schau, Ellie ist nicht. Nicht diese Zeit, Toad. Ja. Erziehung später zu Hause. Also, du bist nicht unter dem Wasser. Ich weiß nicht, ob jemand mich gesehen hat. Aber jemand hat gesagt, Stop laughing. Und dann habe ich Angst. Und ich ging unter für so lange wie ich konnte. Wait. Du hörst jemanden? Ja. Warum hast du uns nicht gesagt? Ich wollte nicht in Trouble sein. Du hörst jemanden? Nein. Okay, TJ. Es ist so viel wie Lassny. Ich entschuldige. Nachdem ich wieder zurückgekommen habe. Es gab niemanden. Und ich bin nach Hause. Das ist alles. Ich versuche. Ich will nach Hause. Okay. Du kannst gehen. Danke, TJ. Okay, son. Du hast einen guten Job gemacht, Kind. Ja. Du kannst. Ich versuche. Also. Das war gut. Ich versuche. Ja. Das war gut. Ich versuche. Ja. 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 Kann man das verwunschten im Brunz? Oh, die Fabelwesen, die haben echt alles. Ist das ihr Körper? Ah, das ist Snow, aber mit einem Zauber. Und wie? Glamour ist so effektiv, es ist invasiv, aber mach nur was, was du tun musst. Schau ihre Mache, da war schon was drin, ist doch eine andere Leiche. Nichts. Gucken wir uns mal die Brosche an. Das ist wunderschön. Ich weiß nicht so, wie das. Vielleicht ist es wirklich zu ihr. Nicht Teil der Glamour. Sieht so etwas aus den Homelands. Buffkin, do you recognize these symbols? No, nothing I've seen before. Looks just like Faith's did. But there was nothing in her mouth this time. Do you think it was done by the same person? Hard to tell. Muss ja. Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? Nein. Er sagte, er wollte mehr Tests laufen. Ich glaub, hier war nicht mehr. Oh, hier unten können wir noch. Kratschspuren. Dreier sogar. Seilabdrücke. Ah, von den Betonschuhen. Sie hält was in der Hand. So, sie fought back? No marks on the knuckles. Oh. Maybe she was grabbing something? Maybe. Mhm. Mhm. Äh, brech die nicht ab. Äh, müssen wir ja geweizt haben. Was machst du? Nur eine Art Weg, um herauszufinden. Komm, ich mach das. Mh, Leichenstarre. Jesus, Bigby. Was ist es? Ein paar Blüten. Blüten. Ja. Was? Einstichstellen. Trackmarks. She used Monday Drugs? Looks that way. Pretty heavily too. Weltliche Drugs. Here they only go for the legs if they've used up the veins in their arms. Or if they're trying to hide the marks. Wait. If the glamour is supposed to make her look like me, shouldn't it be concealing things like Trackmarks? That brooch too. Why would it change everything else? I've never seen one this sloppy. It's possible. It's designed not to. Designed not to hide trackmarks? Good point. The witches upstairs know what they're doing. That's why they cost so much. Unless someone is making glamours illegally? It's not technically illegal, miss. It's not encouraged for sure, but there aren't any laws specifically forbidding it. So there's some sort of black market for glamours? One would assume so. I imagine anyone with access to the proper person training could theoretically produce a glamour. Yet another thing to worry about. Black market or not, it's a pretty good match. Look at that. The buttons aren't exact either. There's an extra one here. You're right. These buttons are wrong. I wonder... What? Snow, do you mind if I open her coat? Bigby, just let me do it. We're making progress. Let's see what else we can find. I... Well, I certainly hope you're behaving yourself up here. Now that you're done punching people. What have you found out? She was using Mundi drugs. Pretty heavily, too. Mundi drugs. Judging on any trackmarks on her legs. Trackmarks? Isn't there... There are diseases. I don't think she has to worry about that now. No. No, of course not. We should keep going. What is that? It's your perfume? How do you know what perfume I wear? You can't fool this person. You can't fool this person. You can't fool this person. It looks like someone picked it up for her. So... Someone... ...gave her instructions. I've seen things like this before. It's definitely magic. The witches don't usually craft objects these days. I don't think it's wise to fool around with that. It's some kind of black market magic. Who knows what it could do. We should have it looked at. Just to make sure it isn't dangerous. Don't you think? You may. Maybe right. One way to find out. What? There's something in here. How do we open it? You might want to stand back if you're worried, Crane. I'm gonna try to open it. Something to do with these rings here. I'm gonna try to open it up. Now, I don't want to come out. No, I don't think so. Maybe... In the middle of the tree. Maybe we have to bring the voce. Maybe we have to bring the horse back here. Maybe... ...or... Maybe... ...so? Maybe... Yes... ...and I can see that with the постав box? Ein Hirsch? Und was bedeutet das? Oh. Niemand sollte das aus meinem Wohnzimmer nehmen. Ich wusste, dass es verloren ist, aber ich dachte nicht, das war das letzte Bild, das ich in mir hatte. Sober bestimmt, damit man so aussieht. Lass mich猜ze. Es ist mein Haar. Du hast das gemacht, Pippi. Verwandelt sich zurück. Wie können wir das? Wunderhübsch. Heilige Scheiße. Ja, sie ist ein Troll. Können wir weitergehen? Wer ist sie? Das war nicht vorhin. Wer glaubst du, sie ist? Ich weiß nicht, wie viele Trollen. Du solltest sie alle zurück in den ganzen Plänen. Du hast das nicht gesagt, was du? Vielleicht Holly weiß. Der Künstler des Trip-Trap? Nein, sie sieht ein bisschen... Oh nein. Was ist es? Es ist nicht Holly, es ist ihre Schöne Lilly. Sie wurde verabschiedet, aber... Ich glaube, es hat nur durch die Kräger. Wir müssen sie sagen, Holly. Genau. Wer weiß, sie könnte etwas darüber wissen. Wer wird es wieder sehen? Ja. Wir beschützen sie. Sie soll lieber hierbleiben. Ah, die riss sich schon wieder ab, man. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich meine, was ist seine Arbeit, wirklich? Um die Schöne zu erreichen. Jack, ich weiß nicht, wo sie sind. Du bist eine Bar. Du solltest mit Darts haben. Und ich mache es normalerweise. Aber wer weiß, wo sie nachher... Der Aschenbächer wäre vorne an den Tresen gewesen. Komm schon, Holly. Wir brauchen Entertainment. Sei froh, dass ich dir gestern den Arm nicht ausgerissen habe. Na gut, er hat es nicht vergessen. Hoffentlich ist die Trombe da. Okay, okay, ich weiß. Just relax. Ich bin nicht hier, um nichts zu beginnen. Okay. Every time I see this guy, he seems to lose weight. It's amazing. It really is. He loses weight and yet somehow keeps all the muscle. Jack. Wolfie, my dear. How are you? Wolfie. Because, you know, we were just talking about you. All of us. At the bar. Here. Not too good right now. Not too good right now. Well, that's sad to hear. Me? Oh, I'm great as usual. Uh-huh. I'm dying to hear about the body that came out of the East River this morning. It was a fable, right? Oh. Everyone's happened to us. What was it? Tweedledee was just here. He said it looked like Snow White. He's still supposed to be in custody. Crane. Tweedledee said you arrested him for no earthly reason. Kept him locked in the cellar all fucking night. He said you tortured him. Which, I don't know, that seems like a breach of legislative duties. Bigby, come on. You can't be so dumb as to... Find the off button. Now! What is it with you two? You and Gran are all, let's get a posse together when there's no one around. But as soon as the big bad wolf walks in, your tails go between your legs. Cat got your nerve? What happened? What happened? I'm tired is what happened. Tired of what? Of trouble, Jack. I'm sick and tired of trouble. I don't want anymore. Jack! What? Bigby, look. Two fables are dead. And shit, Gren's sister. Holly's sister. Holly's sister has been missing for what? A few days now? And we haven't heard word one about it from anyone. Actually, have there been any updates? On my sister? I don't know how to say this to you, Holly. The woman we found in the river. Who was it? You know who that was. Boy, I sure walked in that one. If you say one more f***** thing. Just one more thing. Mach ihn fertig, man. Er hat verdient. Ah, er weiß noch von der Seite zu gehen. Ah, recht hat er. Ich bin sorry, Holly. Ich bin sorry, dass wir deine Frau gefunden haben, und ich... Ich wünschte, dass es sich besser endet. Ich wusste, dass das passieren würde. Lilly, Gott, verdammt! Ich weiß, dass es so schwer ist. Du kannst einfach... Ich habe nichts für dich, Wolf. Okay, ich glaube, das ist... Oh, für fuck's sake. Was würdest du jetzt noch mal wollen? Ich bin froh, dass du dich sehen kannst. Really? Ja. Was ich vorhin gesagt habe, vergiss es. Du sollte es kommen. Ja, du bist willkommen. Ja, sie weiß. Also, dein Geschäft ist hier fertig. Na gut. Ich glaube, sie kann besser mit Holly reden. Mit uns wäre ja sowieso keiner reden. Holly, geh die fuck out of my bar. Doch nicht. Erzähl dir von den Zauber. Warte mal rein, Tisch hier. Wir haben das von ihren persönlichen Effekten bekommen. Ich dachte, du möchtest es haben. Ich... Ich wusste nicht, dass sie es noch hatte. Ich sag mal nichts. Sowieso alles falsch, was man in diesen Momenten sagen kann. Grin. Ja? Geh auf für ein bisschen, würde du? Are you sure? Boah, die Situation wäre viel unangenehmer, hätten wir gestern den Arm ausgerissen. Ich weiß nicht, dass wir viel über unsere Leben haben. Ehrlich gesagt, wir haben oft nicht gesprochen. Sie war hier in der Stadt verloren. Sie wurde einfach weggezogen. Sie haben keine Ahnung, warum sie als Snow White wäre? Was? Oh Gott, ich bin sorry. Das war wahrscheinlich über... Oh? Sie war hooking. Um zu verdienen Geld zu verdienen. Oh. Es hat mich auf, um sie zu sehen, wie sie das. Eventually, diejenigen, die sie aufhörten, waren bei ihrer Arbeit. You know, das Schithole Club, die Puddin'n Pie. Die Verkaufelung, Georgie, mit all diesen fucking fees... It's a crock of shit. It's how they kept her under their thumb, really. Was hatte da jemanden Fretisch gehabt? Holly, it's okay. If it's too much, we don't have to do this. Pudding and pie, huh? What do you know about the place? It's a real garbage dump. We can just go check it out. We've got a lead. Maybe we can take it from here? Huh, Lily. Thanks for everything, Holly. Is there, um... Is there anything we can do to... No. No, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy and I don't need charity. It's not charity. It's looking out for our own. Is she... Where is she? She's at the business office. She's taken care of. I'm gonna have to go down there and get her. Fuck. Please, we can handle the funeral arrangements. No, no. It's a kind of... It's a formality with trolls. We burn our dead by sunrise or... I don't know. Some old world shit will fuck your soul out of it. Of course. That should be fine. Let's go down to the business office and start making the necessary preparations. All right? That club? I'll go down there now. See what I can find out from the owner. You were good with her. I'm impressed. Really? Thanks. But it just made everything easier. Okay, then we'll go down to the building. So that's a good one. Snowfetish. Wer könnte denn geil auf Snow sein? Außer er hier. So, da sind wir schon da. Pudding and pie. Ey, die Schlaufe hatte Fade auch am Hals gehabt. Oh. Sheriff, what a nice surprise. I'm not sure I've seen you here before. You're always welcome, of course. Is it business or pleasure? I'm looking for someone. Finding you someone is our specialty. With the clubs closed. Not quite what I meant. That's too bad. I guess you'd better talk to Georgie. You're in luck. He's here. Come on. I should warn you that Georgie does not like to be bothered when he's working. And he's in kind of a mood right now. I have a way with people. So I've heard. Lefty and righty. Welcome to the Pudding and Pie, where we cater to the diverse tastes of the Fable community. Your pleasure is our pleasure. Did you know Lily? She worked here. Oh. My lips are sealed. You'd better ask Georgie. What do you think you're doing? You look like you're trying to take a shit. Nice place. You do have a sense of humor. That's good. It's nice. Good luck. It's your face. You have to smile. You never smile. See, let's have a quickness here. Oh, it's you. We're closed. Keep dancing, you. I didn't say stop. For fuck's sake. You, stay right there. Don't even think about sitting down. You, Georgie. Brilliant deduction, Sheriff. What do you want, then? You here for a little taste? Tell you what. Come back after midnight, maybe. I can hook you up. Or, uh, knowing you, she's probably not quite your style. You'd prefer someone who can take a bit of a beating. Tell me, do you prefer a stationary target or one that will put up a fight? I'm not here for that. Oh, I'm not here for that. Just stopped in for the chips, then. Jesus, Bigby, you're so corny. I'm not here for an atmosphere from a bar. No, seriously, I love it. Okay, all right, Sheriff. Just fucking with you. Look, I know why you're here. Are you sure? Listen, Sheriff. Around here, we can't afford to wait for you and your swanky pals to take an interest. We have to look out for each other. When shit happens, I hear about it. Especially if it concerns my livelihood. In that case, I assume you knew Lily was glamoured. Of course she was, you daft git. She was a troll. No. I mean glamoured to look like another fable. Yeah? Well, so what? Who gives a toss? People get up to all kinds of things when nobody's watching. I think you're behind this. You got her a black market glamour as part of some twisted sex fantasy. Ooh. Black market, is it? How exciting. This is exactly what I would expect from a thug like you. Storm in, throw around a bunch of accusations, try to scare people. But you've got fuck all to back it up. And we're all just meant to jump any time the wolf shows his teeth. Get that out of my face. This was part of the glamour we found on Lily's body. Take a good look. She was impersonating Snow White. Why? Oh, hey, if you say so. Just looks like hair to me. Anyway, even supposing she was doing a special glamour, it wasn't for me. I don't need the trouble. For who, then? I don't know. She had clients. Maybe one of them was into it. Not a fucked up people in Fable Town. Like who? Try looking in the mirror. Anyway, now what to do with me? Go on, then. We're not done here. I think we are. I said we're not. You're gonna hit me. Go ahead. Oh, no. Fuck. You. Take your sad fucking face where I can't see it. Bloody bastard fucking shit. You proud of yourself, mate. Proud of your little mess. Fuck's sake. Gib mir die Antworten, die ich hören möchte und ich höre auf. Fuck off, Hans. Ja, verpiss dich, Hans. Sagen wir nichts. Hans just cleans up and provides a little muscle when we need it. He's not gonna know anything about the girls and their clients or any of that. No one knows. Don't you get it? It's by design. Discretion is our guarantee, right? And the way we guarantee that is that no one knows anything they don't have to know. Including me. I cover my eyes and take my cut. End of story. Why not look it up? What's that? Isn't there a little book with all the stuff about the girls and all that written in it? You're a fucking moron. Show me. There is no book. And as for you, Hans, we need to work on your communication skills and have a fairly good idea where to start. Hey, that's my personal property. Sure, go ahead. Do what comes naturally. Tell me about the book. You haven't got the slightest clue about anything. Hey, now. Oh. Auf der Schnauzerung haben wir drauf. Cut the crap, Georgie. I want the book, Hans is talking about. Hans is confused. Again. Okay. Don't even think about it. Jesus Christ. Ihr wollt den bösen Wolf, den könnt ihr haben. Reden funktionieren nicht eben. Nicht touch that. You hear me? It has nothing to do with you. Ach, Jackpot. Well, well. What's this? Looks like a floor safe. I wouldn't know. It was here when we moved in. I don't have a key to it. Sheriff, will he come on? Fuck sake. I've got to open up in a few hours. Oh, was it good for you, Sheriff? Next time I'm gonna have to charge you. Ich werde gerade warm, Junge. Jesus. You're killing me? I'm begging you. I'll pay you. Wir wollen doch nur die Information haben. Two women are dead. Then quit being a bloody idiot. Come on, Nate. Leave it. There's nothing there for you. This is a dance club. What the hell am I supposed to do tonight while the girls are on stage? Harmonica, Kazoo, Whistle Happy Tune. Fucking unbelievable. Bloody come on, man. Hey, ich hab's auf die nette Art versucht. Der wollte es. So, we can be happy about that. Let's say, man. Wer hat den Fetisch? Here. This is Lily's last entry. So, tell me, Georgie. Who's this Mr. Smith? Oh, dear. I'm afraid it might be a fake name, Bigby. Secrecy is sort of how this all works. Even Hans knows that. Nur ein Mensch. What's 207? Room number? I don't fucking know. Millimetres, maybe? Don't bullshit me, Georgie. This is your book. Your girls. I'm not their fucking secretary. I give them a stage. I give them music. I provide an erotic venue to attract and retain clients. But let's be clear on something. The girls make the arrangements with their clients. Not me. The girls. They're the ones with the Mr. Smiths and Joneses and Mr. X types. Whatever happens outside the club, that's on them. I log the business, take my cut, and I'm out. Now, I've had quite enough for you and your bullying. Excuse me while I call your superiors to make a complaint. Marta's cranky, glaube ich, auch noch auf der Schnauze. So, da hat sich die Tür geöffnet. Business Office. Regalfach, sollen wir hier? Was ist das? Notizen? Faith, thanks for covering for me tonight. Let's talk before you go over to the apartment. Lily. Looks like they both saw me on these clients. Ach, komm, wir schnüffeln ein bisschen rum. Die Schatulle von ihr ist aufgebrochen. Lock's been busted open. Broken open. Hat sich nicht mal die Mühe gemacht, das wegzuräumen, damit's nicht auffällt. Ach komm, ist eh nur Schmuck da unten. Schmuck. Schmuck. Ich habe dich gehört da draußen. Ich habe mich nicht mehr hier vorhin gesehen. Ich bin jetzt hier. Ja. 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 Schmuck. Ja. Ist das eine Glamour? Nein, sie sind echt. Sie lieben sie. Sie kosten mich viel. Mein Name ist Nerissa. Naarissa, ich habe ein paar Fragen. Natürlich. Ich habe keine Antwort. Du musst sie selbst finden. Ich habe einen Lillie über wissen. Sie hat sich Herr Smith an den Namen. Wir können nicht arbeiten. Das ist ein Verabschirmes. Ich meine nicht. Sie sind schnapp. Die Beobachtung ist unsere Beobachtung. Hier sind die Dinge wie funktioniert. So hier wird Datenschutz wirklich... Appointment with me Okay Okay What would I need to do? I need 150 It's not good to be short Okay Oh I... I don't... Jetzt gibt's mir Geld, damit ich ihr das geben kann Damit sie mir das unter 4 Augen erzählen kann 2-0-4 Not 2-0-7 You'll think of something The Open Arms Hmm... This is where they met Enjoy your stay I hope you find what you're looking for Ach, das ist separat, das ist nicht im Laden Hä? Open Arms Hotel, gleich nebenan Das ist der, was der Cop gerade da drüben getrieben hat Woher ist meine Paffen? Toll, jetzt hab ich Schmach, die wär auch eine rauchen Machen wir mal Glöckchen hier, bim bim Bö? 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 Ich dachte, seit du nicht erzählst, dass du mich hörst du mich mit mir interessiert wie ich fühle? Aber ich glaube nicht Also, was du hier machst? Oh, du hast eine Schlüssel Someone anders wurde... ...murdered, letzte Nacht Ich hör mir Die Sieg ist jemanden, der werdet in Püden und Pü? Lilly Sie... ...von hier nie? Oh... Oh, ja, die... die Troll. Ich habe sie gesehen. Ich meine, du weißt, wir haben noch nie wirklich gesprochen, aber sie kam ein bisschen intimidierend. Hast du eine Frau namens Faith? Oder vielleicht hörst du diesen Namen? Ich könnte es. Ich weiß nicht. Nach dem Ende der Nacht ist es ein bisschen blöd mit den Namen. Tara, Brandy, Amber, Heather. Sorry. Hast du gesehen Snow White hier? Oder vielleicht jemanden wie sie? Sie wissen, es ist lustig. Ich habe jemanden, die ich sehr wie sie gesehen habe, aber sie hat nichts gesagt, als sie mich gesehen haben, obwohl sie wusste, dass ich sie gesehen habe. Ich habe nur erwartet, dass es nicht Snow war und ging über meine Geschäfts. Ich habe sie gesehen, wie sie gesehen haben. Ich habe sie gesehen, wie sie gesehen haben. Einmal, aber ich habe niemanden. Ich habe nicht gearbeitet hier so lange. Wie geht es hier? Oder jemanden, Herr Smith? Das ist alles, was wir hier bekommen. Smiths, Jones oder Johnsons. Ich glaube, die letzten Endes sind jagen. Wir gehen hoch. Es wird besser, wenn jemand dich sieht, dass sie dich zumindest mit mir sehen sehen, dass sie wissen, dass ich dich nicht mit dir selbst überwinden lasse. Fünf Minuten, bitte. Wir sehen uns. Beauty. Oder noch besser, dein Kerl kommt her und erwischt uns hier im Hotel. Das wird mir Beastler erst mal ein paar an den Fressen holen. Der wird uns das noch nie glauben. Sie führt echt eine super Beziehung. Oh, hier geht's ab in 203. Das ist ja gut besucht hier. Ha, der Flex, die alte Wechsel. Hier wird 207, das war das Zimmer in dem... Okay. Ich habe aber für 204. Halt an, Digby. Ich kann nicht nur dich in irgendeinem Raum, den du willst. Gerne. Was, wenn jemand herausgefunden hat? Ich könnte in viele Probleme kommen. Du musst mich in da lassen. Das ist das Zimmer, 207. Aber ich... Das ist das Zimmer, in der Lilly war in. Oh, gut. Na, das ist witzig. Der Schlüssel sollte jeder Raum in dem Gebäude öffnen, aber es funktioniert nicht. Beauty! Ah, verdammt. Beast? Bigby? Wie würdest du das mit mir tun? Nein, Schäuze, nein! Warte mal! Wie würdest du das tun? Wir haben alles zusammengekommen. Ich habe dich geholfen. Ich liebe dich! Das ist nicht, was du denkst. Oh, Mann. Oh, Mann. Sie ist meine Frau! Beast, hör auf mich. Es gibt nichts. Ich bin... Hey! Bastard! Ich glaube, ich will endlich sehen Sie für die du bist. Stop! Stop! Du sagst mir, du hast sie gesehen. Du verdammt. Ich will nicht schützt dich. Du verdammt. Also, calm dich und... Beast! Du hast du mit mir in? Das ist mein Frau. Sie ist meine Frau, Bigby! Ich bin kein Problem. Oh, seine Ausdämpferung. Lieb ihn, B! Das ist meine Schuld! B! Ich verstehe! Die wachsen ab. Oh, B! Okay, er hat ihn gebrochen. Hat er nicht. Mein F... Ich hau ihn durch die Tür. Sesam, öffne dich. Mit den neuen Beastmaster 5000. Scheiße, Bigby. Was hast du getan? Was... was ist das? Bigby. Schau was du an die Tür hast! Du kannst nicht nur so wie das, wenn du... Bleib zurück! Du willst nicht das sehen. Und vier Schweinkram. Scheiße. Was ist das? Oh, mein Gott! Nicht nichts bemerkst. Was ist das? Was ist das? Lilly hat ihren Klienten hier getroffen. Herr Smith. Wer auch er ist. Und dann? Das muss doch gerade hier passiert. Jesus. Oh, letzte Nacht? Ja? Ich war letzte Nacht auf dem Schiff. Auf dem Schiff? Beauty? Was? Ich bin kein Prostitut, du Idiot! Ich arbeite auf der Rückseite. Ich bin kein Prostitut. 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 Wie soll ich wissen? Es war einfach ein normaler Nacht. Wie ist das überhaupt möglich? Es ist so viel Blut. Geh, die dritte. Geh, die Leute aus der Halle. Ich muss dich sicher, dass niemand in hier kommt. Das ist eine Szene der Krise, okay? Aber... Mach das, was er sagt. Ich werde später erklären, okay? Bin kein Prostitut. Ich bin kein Prostitut. Ich kann... Ich bin kein Prostitut. Ah, was sind hier? Was sind denn das überhaupt für Blumen? Ach, schon welche? Es ist ein Huff and Puff. Ich dachte, du warst derjenige, der diese Krap-Brand verbringte. Wahrscheinlich nicht. Crane raucht nicht. Wir sollten nicht hier sein. Märchenbuch? Was ist das? Es ist ein Buch über Snow White. Oder über die Mundi-Version der Geschichte. Mundi-Version. Da kennen wir doch alle. Das ist für ein heftiges Rollenspiel, was hier abging. Warum ist sie in einem Glas-Koffin? Das ist die Part, wo sie in einem tiefen Schlaf ist, aber sie denken, dass sie tot ist. Hm. Was bedeutet das? Warum markt die Seite, wo sie schlafen? Ich weiß nicht, was sie trüben war. Hat alles wenig Sinn ergeben. Sind da Blumen drin? Wollte? Da müsste es die böse Stiefmutter sein. Hier ist noch eine Tinktur, was zu saufen. Flasche untersuchen. Wein. Klasse. Krain und der fliegende Affe saufen das. Für meine Ankunft. Oh, da ist das Rollenspielkostüm. Ein bisschen ramponiert. Ach was. Oh nein. Ach was. Guck dir das Bett an. Nein. Was? Was denkst du? Das ist die gleiche Kostümung wie die in dem Buch über Schnee. Ich glaube, Smith war in der Lille und so ein bisschen aus dem Buch. Krälen hat mit Snow zu tun. Krälen seufzt auch diesen komischen ekligen Schnaps hier dem Wein, meine ich. Einen Apfel auch noch. Die haben wirklich an alles gedacht. Ja, ist der Apfel. Hm. Oh nein, es gibt noch mehr? Was? Was jetzt? Sie hauen das Angriff? Warum wiegt's hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Sie schaffst noch? Sie schaffst noch ein anderes Teil des Buches? Gott, ich habe nur Probleme, zu all das alles zu processen. Dieser Mann hat eine weine weine Schnee-Obsession, aber dann gibt es auch diese andere Dinge. Er hat eine Todesfixation. Das ist nicht gut für niemanden. Ich hoffe, dass du gerade durch bist. Ich will nicht hier noch länger bleiben. Da muss ich das nicht sauber machen. Du bist doch der Hausmeister hier. Stalker auch noch? Er ist besessen von Snow. Wir dürfen uns da nicht mehr alleine lassen. Er ist schockiert. Es ist doch Crane, ich wusste, es ist der Perverse. Und er sieht es jetzt im Spiegel und Snow ist bei ihm. Aber er raucht doch gar nichts. Alter, er tötet den Spiegel. Damit wir ihn nicht finden können. Das nächste Mal. Er könnte jetzt nach dir sein. Gut, ich werde sterben, um meine Hände auf dem schrecklichen Weasel zu holen. Ich bin wirklich zufrieden, Sheriff. Du bist nicht schade, dass du ein totaler Mann bist. Obwohl, es müssen sich ein paar Veränderungen geben. Hallo, Bigby. Geh vor, Bigby, oder ich werde es dir für dich nehmen. Jesus, du bist Bigby. Das ist Crane. Wie hast du den Mordverdächtigen behandelt? Du und 54,6% der Spieler haben ihn zu reden gezwungen. Hast du Snow erlaubt, mit dir zu Tripp-Trap-Bards zu gehen? Du und 24,8% haben ihn gesagt, dass sie nicht in Gefahr begeben sollen. Wie bist du mit Georgie fertig geworden? Du und 80% haben ihn verprügelt. Hast du Biest weitergeschlagen, als er am Boden lag? Nein, Alter, ich geh zur Minderheit, wir haben nicht weitergemacht. Nee, wir wollen nicht diskutieren. Jo, also er hat eine üble Wendung genommen. Crane ist der Motherfucker, der den Fetisch auf seine Angestellte hat. Ich weiß aber nicht, ob er sie getötet hat. Vielleicht soll er nur irgendwas verwickelt werden. Wir werden es sehen. Ich lasse das Outro noch laufen. Wir sehen uns mit der nächsten Folge. Reingehauen, weiterschauen. Viel Spaß bei den Credits. Und danke fürs Zuschauen. Haut rein. Wir sehen uns mit dem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.